los komm ab rein in die lücke rein die lücke balken kurz weg schieben so und durch da ist wicks stadthaus raffinesse war nie seine stärke wie es aussieht mache heute nicht nur ich einen hausbesuch hübsch ein ganz wenig dekadent aber macht ja nichts ist nicht der architekt des barons und er darf das gelände nicht ohne eskorte verlassen ich hoffe für ihn dass die festung nicht brennt weil er geplaudert hat was ich merke schon er hat ihr habt ihr richtig schöne ich wünschte hier gute ideen ein architekt auf hausarrest so wo gab es hier das noch da hinten ist noch irgendwas gut hier auch nur noch mal gucken was hier so mir tut der rücken weh ist nicht gut nicht gut gar nicht gut ganz schlecht hier aua 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 ganz schlecht ganz schlecht aua aaua aua 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 prefinesse war nie seine stärke Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Alles klar, Jungs. Vergesst nicht, Eastwick hat das hier selbst gebaut. Geheimgänge, Maschinen in den Wänden, jede Menge Tricks. Er hat sich in seinem Studi... Was ist hier los? Zieh dich um. So, los. Go for it, bomb. Hallo? Verdien dir deinen Sold, finde ihn. So, ich sehe hier nämlich eine Wache mit. Ich finde dich, wer du auch bist. Ja. Verschwende nicht meine Zeit, komm endlich aus. Mach ich, mach ich, mach ich rechtzeitig schon. Nicht? Ich finde schon. Los. Ergib dich und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Ja, das ist ja richtig... Reichswoll. Stimmt. Komm her. Komm näher. Wenn ich dich finde, wirst du um Gnade winseln. Bist du da sicher? Wenn ich dich finde, wirst du um Gnade winseln. Ich glaube nicht. Ergib dich und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Das ist ja schön. Glaube mir. Das war natürlich... Perfekt. Der hat doch mal richtig schön gesessen. Ach, weißt du das? Das wollen wir doch mal sehen. Brühe oder später finde ich dich. Er versteckt sich wahrscheinlich da drüben. Na schön. Da ist er also nicht. Ja, komm her, komm her, komm her. Dreh dich zu mir um. Dreh dich zu mir um. Dreh dich zu mir um. Ja, ich bin da auch bestimmt irgendwo, aber... Ich finde niemanden. Ich sag ja, ich muss euch leider erst mal... Früher oder später finde ich dich. ...ein wenig enttäuschen. Los, komm. Ich will dich doch nur aufheben. Ach. Ah, du hast ja was. Schön, danke. Uh, das lohnte sich ja richtig. Das lohnte sich ja. Gut. Das wird dir nicht helfen. Was haben wir denn hier? Und... Auf! Obwohl ich jetzt war. Oder was auch immer ich gemacht habe. Schatten. Gleich ist er nicht weg. Oh, ich vermute schon. Und selbst wenn nicht... ...sollte dir das... ...nur recht sein. Mist. Ah, eine Kurbel. Und klack. Und hopp. Und schwupp sind wir oben. Eine Kurbel. Haa. So. Ah. Ein Gang. Noch irgendwas hier? Oh ja. Hier ist ja tatsächlich noch was. Das können wir natürlich nicht... ...nicht mit... ...nicht mitgenommen nehmen. Wir müssen das auf jeden Fall. So. Du willst also noch unbedingt... ...in die Abgründe gehen. Schön. So, jetzt hatte ich doch noch... ...irgendwo hier was gesehen. Oh gut. Gab's doch hier noch was Schönes zum Abräumen. Ja. Später. So, hier noch irgendwas. Ah, da ist noch was. Ist irgendwie ein Gewächshaus oder sowas. Hm. Na gut, wir können ja wenigstens den Weg dahin. Das heißt, da können wir das Gewächshaus ja nochmal... ...kurz untersuchen. So, dadurch, dass mir der jetzt auch kein Problem mehr bereitet, ist der mir ja auch egal. Hm. Ist mir egal. Ah. Nein. Nein. Warum? Was haben wir denn hier? Hier ist doch... ...bestimmt noch irgendwie ein Eingang. Eingang. Aha. So. Was haben wir denn hier noch? Ach komm, scheiß auf diesen blöden Hund. Das kann auch nicht blau sein. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall, Moan. Ein Ventil. Ein Ventil. Du steckst hier irgendwo. Ich finde dich. Stimmt. Das ist doch ein Mist. Hätte ich das mal gewusst. Die Schatten werden... ...eine Leiche. Eine Leiche. Scheiße. Endlich ist mal was los. Endlich? Na. Diesen Wunsch kann ich dir erfüllen. Bams. Und endlich... ...schläfst du auch mal eine Nacht, ne? Ja. Ist schon praktisch, sowas. Endlich jemanden, der einen schlafen schickt. Ihr seid ganz schön bescheiden. Wisst ihr das eigentlich? Ach der Haupteingang ist doch langweilig. Nee, 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 nee. Den Haupteingang nehmen wir nicht. Wir nehmen schön den... ...heimen Gang da oben. Kann sicher nicht verkehrt sein, wenn wir den nehmen. Geheingänge haben immer irgendwie so einen besonderen Charme. Ich weiß auch nicht wieso. Wohl kaum. Wohl kaum. Offenbar. Das ist absurd, Tilly. Die Männer des Barons haben Theodore abgeführt wie einen gemeinen Dieb. Das ist sicher ein Missverständnis. Oh, sie haben ihre Befehle. Das haben sie gesagt. Befehle. Aber er kommt trotzdem nicht aus seinem Studierzimmer. Er ist schon recht lange da oben. Drei Nächte? Vier? Selbst jetzt, wo wir diese Stadt verlassen, gehört sein Herz seiner Arbeit. Seine Frau ist nebensächlich. Oh. Du tust mir aber auch so leid. Mädel. Diese verdammte Stadt. Wieso sprecht ihr nicht mit dem Leister? Theodor hört mir schon lange nicht mehr zu. Außerdem tue ich nichts, um diesen Rüpeln zu helfen. Früher hätte ich alles gegeben. Ich hab jemanden gesehen. Da drüben. Du gehst nirgendswohin. Danke. Na Mädel, hast du auch noch was dabei? Nee. Schade. Ich wollte doch sagen, du hast doch bestimmt noch was. Nummer eins. Hier ist ein Zimmertür. Gott. Was haben wir denn hier? Ein Schränkchen. Noch eine Zimmertür. Gucken. Hier ist nichts. Jeder nach derselber. Hm. Mal gucken. Was haben wir... Auf der anderen Seite gab's auch noch eine, ne? Hier ist erstmal ein Tresor. Gut. Also Tresor. Großer Tresor. Äh... Na komm. Zack. Seine Ehefrau hat doch bestimmt auch noch ein schönes Sammlerstück für uns, oder nicht? Wäre doch zu schade, wenn Madame so reich ist und keine besonderen Gegenstände hätte. Na komm. Los. Och, komm. So, danke. So. Und damit hätten wir das. Und... Ja, leh auf! Die Tür! Was ist das denn? Ein Edelstein besetztes Ei. Oh, sie hat tolle Objekte, aber es ist leider kein Sammlerstück. Mal gucken, was ist denn hier. Oh, ein Bart! Aber das gucken wir uns mal zuerst an. Das Bart, das ist ja recht ungefährlich. Gibt es denn sonst noch irgendwas? Irgendwas so buchmäßig? Na gut, hier ist nichts weiter. Na doch, ein Rabe ist da, aber der hat... Der hat uns Gott sei Dank nicht verraten. Kann ich hier nicht irgendwie das Licht ausschalten? Das gefällt mir nicht. Parfum, eine Bürste. Noch irgendwas hier? Bitte. Bitte. Nö. Gut. Dann nehmen wir uns mal ganz knapp das andere Zimmer vor. Und ich... Neh mal ein bisschen Nahrung. Davon habe ich ja genug. Hopps! Speichern mal kurzfristig. Klopp, kurz. Hopps! Und nun... Mal das Zimmer hier. Und ich verändern werde. So. Das gefällt mir euch schon mal viel besser. Wo sind wir denn hier? Hopps! Aus! Aus die Maus! Noch mehr? Hier muss noch mehr sein. So, mal gucken. Was haben wir hier noch? Irgendwas ist da hinten noch. Was waren die Kerzen? Und dann geben wir euch die andere Tür da vorne nochmal. Ich vermute zwar mal, dass das das Badezimmer ist, aber... Man mag sich ja täuschen. Nein. Es ist das Badezimmer. So, was haben wir jetzt? Nächster Raum. Irgendwo... Ist hier doch bestimmt wieder ein Raum. Bei allen Toten Göttern. Kerze aus. Das sieht doch schon mal besser aus. Theodor Eastwick. Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest. Habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierende... Meister Eastwick. Es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Meister Eastwick. Öffnet die Tür. Also du machst die Tür schon mal nicht auf. Die mach ich erstmal auf, ja? Ah. Ein Gemälde. Hüpp. Guter Fund. Gott. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Teil da unten an. Jetzt haben wir nämlich den blöden Wachen... Kram, der uns da vor... dem Zimmer... empfangen wollte. Auch hinter uns. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Hier irgendwas? So. Ein Schreibtisch. Wie? Ein Schreibtisch ohne... irgendwas? Kommt mir komisch vor. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Ich weiß nicht, wieso, aber... Hm. Hm. Ist nichts? Hm. So. Was haben wir denn hier? Oh. Hä? Haupteingang! Nee, nicht ganz, aber fast. Äh. Wieder ein Bücher-Code hier vielleicht? Was war das? Ja, das hab ich doch gesehen. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Na gut. Also hier scheint offenbar nichts zu sein. Hm. Dann können wir uns ja jetzt mal... ...das Treppenhaus näher anschauen. Irgendwas? Bei allen toten Göttern. Eine Truhe. Ich seh schon. Ach, wobei, warum ich... Warum die Mühe? Warum soll ich den bitte... Lass sie wohl in den Eintopf werfen. Hm. Sie wird das nie erfahren. Ich geh auf dem Heimweg bei den Docks vorbei. Gut. Den kann ich also leider nicht von oben weghammern. Hm, dann machen wir das doch wieder. Althergebrachte Art und Weise. Mit ganz freundlicher Unterstützung. Mit dem... Breitkopfball. Tja. Ein Auge und... ...ganz viel anderes weniger. Ah. So. Komm her. Dich nehme ich mit. Hast du irgendwas? Oh. Sieht ungesund aus. Egal. Hier noch jemand? Hm, ne. Offenbar nicht. Wieso ist die Truhe nicht? Ah, jetzt da können wir die Truhe aufmachen. Alles klar. Nehmen wir... Nehmen wir... Oh, diese Parfumviolen. Die sind auch richtig, richtig... Gut. Die gefallen mir. Da ist was. Das mache ich jetzt aber erstmal... Erstmal hier die ganzen Lichtchen aus. Licht auf. Licht auf. Licht auf. Und Schwupps. Wieder die Dunkelheit zurück. Licht auf.